So, wir haben dann noch welche ausgewählt und ja, er hat einfach Schasch gemacht, also ne Aufnahme und so. Ja, zu mir leid, ich stehe mich verkackt, aber gerade deswegen hab ich mal ein paar Leichtere jetzt genommen. Äh, ne, andersrum, schwer. Ähm, oh, ich fall's trotzdem hin. Okay, du auch. Äh, nein, nicht da rein. Komm schon, gib Gas und nicht hinfallen. Das ist ne einfache Strecke, ne? Ich weiß, aber trotzdem fall ich hin. Darf ich das nicht? Der ist gleich schon wieder am Ziel. Wahrscheinlich, weil ich hier diese Phoenix hab. Achso, ja, 450er. Wie schön ist es bei den schweren Strengen? Ich weiß, aber ich kann doch nicht immer ändern, aber ich weiß nicht, wie es immer gibt. Jetzt gibt der immer Gas auf der Strecke. Nach vorne lehnen. Ja. Bevor du Gas gibst, musst du dich nach vorne lehnen bei der. Boah, kotzt du mich aus. Minus 12, 50. Boah, guck mal, ich hab auch nur 5 Punkte gekriegt. Ja. Also, 450er. Ja. Jetzt konnte ich auch wählen. Weiß nicht, ob ich von wählen konnte oder ob der Meinung verpasst hab, wegen Aufnahme und so. Wenn du wählen kannst, kannst du eigentlich immer. Ja, konnte ich vorher noch mal nicht. Ähm, ich fall da voll in die Bomben rein, okay. Oh, nein, nein. Komm schon, gib Gas. What the? Nein. Nein. Ich komm hier nicht mal über diese Kleine da drüber. Entweder ich fall so hinten oder andersrum. Komm schon, gib doch Gas. Oh, Mann. Nö. Ich komm hier nicht drüber. Doch, jetzt. Aber jetzt fall ich hier. Aber das riecht ja voll auf mit den Bomben. So minimal. Maximal, ich meine. Ist gut. Hä? Nein! Fuck. Riecht dich doch, ey. Blöde Scheiße hier. Ähm. Lol. Ah, endlich. Nein, 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 nein. Jetzt wollte ich auch noch zurück. Ähm. Nö. 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 Komm schon, roll drüber. Ne. Hä? 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 Wie soll das gehen? Ja, ich hab's gesehen, dass du's gerade geschafft hast. Aber da unten dann. Ähm. Was zur... Was zur... Bevor du da rauf fährst, nach hinten nehmen. Ja, ich weiß. Wenn du runter fährst, von dem Stapel nach vorne. Ja, ich nehme da meistens ein bisschen zu viel zurück und dann nach vorne, aber das... Ich komme dann nicht hoch. Ich komme echt nicht hoch. Du musst auf dem Hinterrad fahren. Ja, aber der fährt dann immer so extrem, dass er gleich nach hinten umfällt. Ja, dann gibt's uns so viel Gas. Ja, aber so komme ich nicht hoch. Das siehst du an dem Video, dass ich hier mit Gas feststecke, wenn ich da nicht gleich Gas gebe. Ja, das Problem ist bei dir wahrscheinlich, dass du nicht gefühlvoll Gas geben kannst, ne? Ja, weil Tastatur und so. Komm, war ein Ziel. Oh, ne, komm schon. Boah, Alter. Kann ich da nicht irgendwie drüber glitchen oder so? Nein, du kannst... Ich habe dir das doch erklärt. Du darfst halt... Du kannst halt gucken... Ja, klar. Ich bin runtergekommen. Ich war da drauf und der crasht irgendwie. Wenn du da drauf bist? Nein. Ich bin unten gestanden und der ist gecrasht. Mit seinem Kopf irgendwie gegen seinen Lenker oder so. Keine Ahnung. Ah, mies. Alter. Boah. Ja, genau. Gegen das Brett hinter mir. Oh mein Gott. Nein. Oh Mann. So, das habe ich jetzt. Hü. Zu mich. Ey, nö. Das auch kein Safe ist, das ist ja voll zu kotzen. Ich bin aber auch noch lange nicht im Ziel, also beruhig dich. Beruhigen würde ich mich, wenn... Ah, was war das jetzt auch mal? Ich bin noch neu gestanden. Boah, Alter. Au. Auf die Fresse. Komm schon. Komm schon. rüber lehnen ein bisschen. So. Und jetzt runter. So. Wie mache ich das jetzt? Den zweiten Sprung? Eigentlich genauso wie den ersten. Okay, ich habe es. Boah, ich habe es. Ich habe es. Wuhu. Wenn du das schon schwer fandest, dann kommen noch welche Sachen, die du gar nicht hast, wahrscheinlich. Jetzt bin ich bei dem Sprung nach unten. Ja, ja, das ist noch einfach. Nein, kurz vor der... Der Sprung danach ist schwer. Ja, da komme ich gar nicht mehr hin wegen der Zeit. Nö, komme ich nicht mehr hin. Vor allem, ich war eigentlich in der Ding drin. Ja, das war eine krasse Strecke. Ja, ich bin nicht zu krass irgendwie. Mit zig Sprüngen und so. Naja. Aber du hast einen Punkt gekriegt. Immerhin. Schrottplatz. Ja, du hast auch so einen 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 Schrottplatz. Hm, schade. Nein. Nein, 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 nein. What the? Nein, Mann. Du musst ja gleich nochmal Ja, du musst zweimal das schaffen irgendwie Ah, jetzt, jetzt, jawoll Woll Nein Was zur Also der Schrappplatz ist ja echt schrappti Komm schon Warte da hoch Ja, 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 ja Oh man, oh man Nein Nein Oh mein Gott Nein Ah Nein, ich schaff's auf dieses rote Auto, oder warum nicht Wo hängst du denn bei dem Auto, ne? Ja, von dem grünen auf das rote Ja, da bin ich auch noch mit Glück Ja, da bin ich auch noch mit Glück Aber ich häng ja an einer ganz anderen Stelle Die werde ich wahrscheinlich auch so nicht schaffen What the Wann ich hab hier gemacht? Hä? Auf dem kleinen Teil da Ja, vergiss ihn doch Was zur Ja Dann geht sie mir auch schon zu krasser Es gibt eigentlich nur eine von den Menschen Ja, ich hab's Äh Mitten in die Manche rein Äh Lol Wie soll das mit der Manche gehen? Hm? Die sind zerkleinerer, wie soll das gehen? Der steht doch Der steht gar nicht Bei mir steht der Ähm, schau dir das Video an Ja, ja Am Anfang war der bei mir auch am Laufen Muss halt viel Schwung haben Pfff Wie soll ich da viel Schwung holen von da oben? Komm schon, raus da! Aaaaaaah Aaaaaaah Boah, endlich, ey Hast du es geschafft, oder was? Jaaa Jetzt bin ich halt direkt beim nächsten Pfff Ich schaff diesen Wollen wir schon Aaaaah Ja, doch, den hab ich jetzt auch geschafft Okay Nöö? Äh Ach, der fährt mich wohin, okay Gut zu wissen Ja Da bist du schon Ja, ich war grad ganz knapp hinter dir Aber ich bin bei Versuch 45 oder so Ich hab 51 Na gut, du bist auch noch nicht an meiner Stelle gerade Nein, rein da Nein da Oh Mann, ich war grad eben drin in diesem scheiß fahrenden Ding Mann, ich war grad eben drin in diesem scheiß fahrenden Ding Nein, nicht so Ach, Bunnyhop Da rein, das ist da kein Problem eigentlich Ja, ich war grad eben drin, aber jetzt schaff ich's nicht mehr Mensch Warum? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Na fuck, fick dich doch ey Mann Jetzt wird mein Kanal mit Kraft ausdrücken Also, oder? Besprudelt Ja, passt schon Glaub schon? Ja, ich bin drin Ja, klar Warum holt der jetzt raus, obwohl ich Gas kriege? Egal Ist aber scheiße fürs Video Wenn ich hier tausendmal den gleichen Move mache Sonst einfach da nicht rein schaffe Na, das ist halt Trials Oh mein Gott Ist halt so Ich muss hier auch ständig das gleiche machen Oh Mann Komm, mach doch nicht Spaß, um das gleiche zu machen Ja, das ist halt die Strecke, ne? Komm schon Vor allem, ich häng drin, aber Ich komm nicht weg Du, du brauchst, äh, musst, äh, bremsen, wenn du drinnen bist Nein, ich häng mit einem Rad drin Also, mit einem Rad Ich hab's erst zweimal reingeschafft Einmal bin ich zu weit gefahren Und einmal bin ich zu Wenig reingefahren Weil Habe ich nicht Gas gegeben dafür Und mich rausgerollt Und jetzt schaffe ich's wieder nicht rein in diesen Scheiß Jetzt komm doch Jetzt komm doch Ich bin ein Sprung hinter dir Ich bin ein Sprung hinter dir Der ist Pille Palle Ich bin kein Sprung mehr hinter dir Ach, da drin ist Feuer Okay Nein Nein Boah, ich... Ah, jawoll! Ja, ich hab's grad eben fast genau wie du gemacht Nur, dass ich halt, äh... Nein, das möchte ich nicht merken Boah, Scheiße Ist das Scheiße, Mann Oh, Mann, ey Ah Ah Oh, komm schon, komm schon Nein! Jetzt genau ich wie du Du auch Ne, du wirst noch leben Was? Ne, zum Glück nicht Ich kann den gerade noch so fangen Mist Komm schon Jawoll! Jawoll! Hahaha, geil Oh Mann, ey Oh Mann Nein! Warum geb ich Gas? Oh Mann! Oh Mann! Ich glaub, wir lassen uns dann bei einem Bo3 wahrscheinlich oder halt fast 3 Spiele so... Die eine Strecke da... Ah ja, hab ich ja schon gewonnen Ich mein, wenn wir leichte Strecken machen, dann ist das kein Ding, aber das sind ja jetzt alles schwere Strecken Ja Ja Was, du bist durch? Ja Ein Glück Nein Jetzt wird ich... Komm, du schaffst doch auch noch... Nee, nee Ah, dann kippst du Ah, mies Ja... Wie viele Sprünge wären dann noch gekommen? Äh, drei Wäre halt schon irgendwie sinnvoll gewesen, wenn du's aufgenommen hättest Hätten wir wenigstens alle Strecken ganz gesehen Ja, kann ich's aber nicht Das tut mir leid Kann ich leider nicht Jaja, passt schon Mal weiter Äh, dann nimm du jetzt Phoenix bei den schweren Strecken Äh? Ja, bitte Kleiner Well? Nö Hast du jetzt wieder die 450er? Ja Die Graue halt da Dann wähg gleich die Phoenix Äh, hä? Das ist wieder so ein Jump-Scheiß, Mann Was war die Scheiß? Boah, hab ich's geschafft? Nein Wir können gleich auch bei dem letzten, was wir machen Alles nur Supercross Alle Strecken nur Supercross Ist ja kein Problem Supercross ist ja zu frei Ich schaff's nicht an die erste Flagge, Mann Ja, ich bin gleich durch Ich bin zwar bei der, aber die will nicht aktiviert werden Wenn ich hinfalle Mh, ne, hinfallen darfst du auch nicht Du musst die kurz vorher irgendwie berühren Ja, okay, hab's Oh, das ist jetzt aber irritierend Ist klar, da muss man alles von da anfahren Ähm, ja, okay Ich brenne Warte, da brennen wir immer Ja Nein Bleib stehen Hä? Achso, man muss so und zu schnell ins Wasser kommen Okay Juhu Ich schaff's wieder nicht Ja, hier hast du das falsche Motorrad Ach, du hast das andere, oder was? Ja Ja, ich hab' gedacht, du hast das gebrillt Ich konnte dann auch nicht mehr zurückgehen, weil die Zeit um war Ja, wie gesagt, ich auch nicht Jetzt, äh, Phoenix Ist auch cool, dass du das so früh sagst Egal Ja, ich, äh, ich hatte das gesagt, da waren 5 Sekunden noch Also, jetzt, äh, Phoenix Obwohl, eigentlich bei Mitte Ja, danke, hehehe, egal Ist halt egal, ist dein Spiel Nee, nee, ich hab' auch Phoenix Ich kenn' das jetzt nicht, deswegen, keine Ahnung Hm Die Phoenix sind ja irgendwie überhaupt nicht mehr wahrscheinlich Na doch, das geht eigentlich gar nicht mal schlecht, hier grad Bis dahin Achso, es geht unten weiter, okay Au Boah, da hat man ja Angst, dass da irgendwie so Bodenschwellen oder wären Irgendwas Hallo, warum Ja, das ist, weil es so komisch aussieht, also Ja Nein Äh, lol Ich muss mich doch verarschen Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh, der fällt hin Oh Mann Oh Mann Unglaublich Und der fällt nochmal hin Nee, doch nicht Ich hab's doch geschafft Boah Aber Glück gehabt, ey Ey Wieso bist du zuerst da? Hallo? Jaaay Jaaay Geht ja gar nicht klar Geht ja gar nicht klar Also Mittel Dann haben wir jetzt dann, äh Okay, okay Dann machen wir das jetzt aus der Konkurrenz Und dann machen wir das gleich nochmal Und dann machen wir Mittel Weil die schweren, die drinnen waren, die waren Jaaay Schon, ey Ich hab die andere, die graue wieder genommen Aber die Die Phoenix mir ein bisschen zu krass teilweise Weil, bei den schweren Strecken musst du die aber nehmen Sonst hast du da keine Chance Oder so gut wie keine Chance Du hast ja jetzt die Phoenix, oder? What the? Ich hab die Phoenix, ja Wow, was ein geiler Stunt, ey Das musst du ja auf dem Video unbedingt angucken Was ist das? Was? Video? Die Strecke Nein, die Strecke Getarnt Irgendwas war das, ne? Keine Ahnung Aber die kenn ich nämlich nicht Also der zweite Stunt hier gerade, richtig krass Boah Ich war die ganze Zeit auf dem Hinterrad Und ich kipp dich, ah scheiße, jetzt nicht Hey, ich wär schon zweimal fast hingefallen Ja, ich fahr grad die ganze Zeit auf dem Hinterrad gewesen Und bin da durch die Gegend gedüst mit Auf dem Hinterrad Nee, ich hab zweimal im Salto gemacht Ganz knapp überm Boden Das ist doch richtig krass Nein Fahr doch das rüber Oh nein, scheiße Ich war gar nicht am, am, am Ey, du bist schon wieder erster Ja, aber ich hab noch ein Problem da, ein kleines Ah, man kann auch unten landfahren, ok Nein, oh Mann Gibt's doch gar nicht Was für ne scheiß Strecke, ey Ich find die cool Ja, weil du der erster bist, ne? Ja, nicht nur deswegen, auch vom, äh, vom Aufmachen her, dieses so, äh, wir bauen einen Turm oder so Ah, hast aber auch gleich geschafft Uh Ja, jetzt hast du es geschafft das letzte das haben wir schon gespielt ich glaube schon von aufmachung her bekannt ja keine ahnung ich kann mich da nicht daran erinnern hätte ich gedacht nein ach so das war das mit dem er das haben wir schon mal gespielt jawoll weil die mega dann drüber gemacht einer was hinter mir um dich rum ja die strecke ist zu leicht ah kack nein das bei dem looping woher ich komme nicht mehr über die schlucht rüber da verdammt ja looping geschafft ja strecke werde ich dnf jetzt wahrscheinlich pass mal auf boah hat es denn auch nicht das ist ja gut so ich bin ein Ziel ich bin ein Ziel ok du auch gleich ja da hat es mich auch hingehauen boah du hast es geschafft krass das war ja ein geiler Stand ja das ähm das ist die erfahrung dann aber hat jemand mitbringen aber trotzdem ey guck mal in den letzten zwei rennen hast du voll aufgeholt ja du bist trotzdem sieger von 3 oder 2 punkten auf auf 33 punkte ey ja mach mal weiter dann sehen wir noch die strecken wie sie heißen ja aber einfach dann ne titanfriedhof war das jo also wie ist gleich hier wählen wieder ein paar aus ja